Es ist dem Feind belungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt in meinem Raum, Kater, Jodl, Krebs, und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Der Schütze! Das hier Spargel, Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das einfach gekommen! Der Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, so lange es ist! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haus, und nie das verrestliche Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich bin das Feiglinge! Verreichter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheimlich! Die Generalität ist doch kein Schmeich des deutschen Falsches! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademieen zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer Glambe hält! Jahre lang hat das mir die Formelarktionen überhängt! Es hat mir jeden Tag nur festgelegt... Widerstand! Ich hab weggelegt! Ich hatte gut herangetan! Und dann haben alle hoeren Offiziere liquidiert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch hab ich ein Lern, allein auf Mist gestellt, ganz zerraubbar erobert! Verräter! Von allem Anfang an, wenn sie so verraten und betrogen wurden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübtem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich, der Volk ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Er ja nicht richtig, Was? Er Lastly war, Frau! Ich kann meine Kugel durchführen! Ich will nicht! Sie sichrauen,